Heute Morgen nochmal auf der Bergschießbahn. Das ist meine Wettbewerbs-Schießbahn. Und ja, ich sag immer, wir haben da unten die Schießbahn am Haus. Das ist meine Trainingsbahn. Das hier ist die Wettkampfbahn. Und die ist nochmal ein ganzes Ende schwerer, herausfordernder, aber macht auch noch mehr Spaß einfach. Und das ist was ganz anderes. Wir haben das hier oben auf dem Berg. Wir haben Winkel, wir haben andere Winde, andere Lichtverhältnisse, andere Bedingungen und das macht halt wirklich, wirklich Spaß. Aber es ist auch gutes Training einfach. Und heute sind wir nochmal hier. Wir werden die 300 PRC nochmal ein bisschen testen bzw. wir wissen, dass dieses kann. Wir testen uns selber. Eigentlich kann man sich selber hier dann messen. Also wenn man alles hier zu Hause auf der Schießbahn denkt, man hat alles gemeistert, dann kommt man hierher und dann wird man sehen, wo denn die Defizite liegen oder auch nicht. Und es macht aber mega viel Spaß hier oben zu schießen. Es ist einfach auch von der Location her super schön. Wir haben hier eine wahnsinnige Weite. Wir gucken hier über mehrere Kilometer gegen den Vaterberg. Es macht schon Spaß hier. Was wir dann halt hier oben haben, ist auch, wir haben nicht, also wie auf der Schießbahn zu Hause, da ist es ja so, da haben wir 100, 200, 300 und so weiter alle 100 Meter Schießscheiben. Hier ist es so, die sind alle unterschiedlich. Also das heißt, wir haben hier 725 Meter, wir haben hier 375 Meter, dann hast du wieder 950. Also alles durcheinander, Winkel und, und, und alles und andere Winde, andere Verhältnisse einfach. Und das macht das Ganze hier sehr, sehr spannend, aber auch schwieriger einfach. Und das fordert halt. So, hier sieht man jetzt, hier ist eine der Schießbahnen sozusagen. Also davon habe ich vier Stück. Also es sind vier Stände, von wo aus jeweils vier verschiedene Ziele beschossen werden. Also wir werden das auch noch weiter erweitern nachher mit mehr Zielen. Aber für die Wettkämpfe zum Beispiel ist es so, wir haben vier Stände mit jeweils vier Zielen. Das heißt insgesamt 16 Ziele und die sind halt hier verteilt in der Weite. Und wenn man da so guckt, man sieht, man erkennt schon so ein bisschen, was für eine Ausmaße und was für eine Entfernung das hier sind. Die Ziele sind halt verschieden aufgebaut. Also dieser Schießstand, da geht es hier ziemlich steil runter mit anderen Winden. Da hinten sieht man die andere Schießbahn. Da sind Ziele im Berg da oben. Das heißt, man hat wieder ganz andere Verhältnisse, andere Bedingungen. Und wir gehen jetzt hier noch zu einer anderen, von wo aus wir jetzt schießen. Da geht es auch noch mal ins Tal runter sozusagen. Von da schießen wir jetzt vom Berg ins Tal runter. Und ja, etwas anspruchsvoller hier. Ja, wir sind jetzt hier gerade angekommen auf der Schießbahn. Auch da unten bei meinen Schießscheiben, da stehen jetzt zwei Oryx. Die sind da einfach, ziehen da lang. Also wir sind hier wirklich, das ist ja, also die Schießbahn ist hier draußen in der Natur irgendwo. Und ja, da sieht man, dass hier das Wild genauso rumzieht und macht und tut. Die werden sich wahrscheinlich jetzt, wenn wir hier ein bisschen trainieren, dann verziehen die sich. Aber trotzdem schön zu sehen. Die Scheibe ist etwas dahinter noch. Genau. Die Oryx sind schon noch im Gefahrenbereich. Geil. 1,158. 1158 Meter. Erster Schuss. Und der saß. Allerdings musste ich jetzt für den Wind und das Ganze, ungefähr 1 Mill habe ich in den Wind gehalten. Also das heißt über einen Meter, 1,10 Meter ungefähr in den Wind gehalten. Das macht hier auf jeden Fall eine Menge Spaß. Wir bieten das hier an für unsere Gäste, für unsere Jäger, aber auch für Sportschützen, für Longrinschützen, die das mal machen wollen, die ein Schießtraining hier machen wollen, die sind alle herzlich willkommen, hierher zu kommen und zu üben, zu trainieren und sich einfach hier ein bisschen Spaß zu haben und verbessern und alle Fähigkeiten zu messen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.